Hallo meine diebischen Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Thief. Diesmal ein kleiner Speedrun-Part, weil ich nicht viel Zeit habe. Mein eigenes Verschulden, aber ich hatte heute leider ein wenig zu tun. Deswegen klauen wir jetzt einfach alles in diebisch schneller Manier. Wir wollen ja schließlich unentdeckt bleiben, aber wir müssen natürlich schnell, präzise und gezielt vorgehen. So, meine Audioaufnahme beginnt bei 2 Minuten 20. Da ist der Schädel. Wenn er das sagt, muss das ja stimmen, ne? Mal aus hier den Stuff. So, hier haben wir noch was. Ah ja, das gefällt mir. Oh Gott, hier gibt es ja richtig viel zu klauen. Also so richtig viel. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Der ist jetzt alleine. So, wir dürfen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Also keine Objekte werfen, zum Beispiel. Oder wie war das? Ungesehen oder irgendwie sowas? So. So, so, so. Ich prüfe lieber alles dreimal mit dem... ...mit der Vision. Denn wir müssen ja auf Nummer sicher gehen und dürfen ja nichts verpassen. So. So, wie ihn hier zum Beispiel. Den können wir nämlich noch K.O. schlagen. So. Dann Licht aus. Unser Trinkbeut da hinten, der ist... ...ein wenig abgelenkt. Guter Fund. So. Können wir nicht mitnehmen? Unser Inventar ist voll. Ach, hallo. Ach ja. Wow. Das gibt Cash. Also, wenn wir nochmal Cash brauchen... ...ich weiß nicht, ob man die Mission wiederholen kann. Wenn man sie wiederholen kann. Leute, wir wissen, wo wir in Zukunft hingehen. Den will ich nicht K.O. schlagen, keine Sorge. Der ist betrunken. Der hätte es einfacher verdient. So. Hopp. So. Hier mal hoch. Und hier mal hoch. Ist wahrscheinlich einfacher. Ihr erobert eines hochgestellten Herz. Und erhaltet Reichtum ohne Schmerz. Ist da oben jemand? Nö. Reichtum. Lanny, bist du das? Freut mich, dass du deinen Spaß hast, Idiot. Hallo? So. Um zu verstehen euch um die Welt. Sucht nach Weisheit, nicht nach Geld. Hört euch das an. Hört euch das an, Leute. So ein oberschlauer Dandy-Grübler. Ich helfe dir gleich, mich zu verstehen, wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst. Dass euch nicht ein humpelnder Hohle mit schwarzer Börse und Augen aus Kohl. Besser hat Konkurrenz, wenn's ums größte Großmaul der Stadt geht. Aber ich lasse mir lieber von ihm Weis sagen, als von diesem Ding. Yo, Leute. Bam. So. Ja. Ja. Ah. Okay. Bleiben wir unentdeckt. Erleite keinen Schaden. Und dann zwei K.O.-Schläge im Kampf. Heißt also wirklich, wir hätten mit denen kämpfen. 86%. Es gibt drei Objekte, die wir nicht haben. Holy shit. Okay, Leute. Das ist krank. Das ist krank. So. Den Remerstein wimmelt es von Banden wie den Aalbeißern. Man tut gut daran, Ärger zu vermeiden und unauffällig zu sein. Ja, Leute. So tut sich das wohl gut. Hä? Egal. So, wir klettern hier noch hoch und dann war's das für diesen Part. Ja, tut mir leid, der muss wirklich kurzer sein. Dann bin ich ihn heute noch gerendert kriege. Ähm. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben immerhin den gestohlen und wissen jetzt, dass wir zwei K.O.-Schläge im Kampf hätten. Nicht so einfach machen können. Gut. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn der Part sehr kurz ist. Er war lehrreich. Es gibt diesen weißsagenden Schädel. Und. Lasst Kritik, Kommentar und Bewertung da. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Euer RaccoonStylePlay.